Jetzt geht es nach einer Sprungbahn, die Ausbildung. Normalerweise würden wir jetzt mit diesem Ende mit der Schnauze reizen die Segel lassen. Wir gehen auch schon mit der Lüge an. Wir sind schon an der Lüge. Wir haben noch Platz. Wir gehen noch ein bisschen mehr. Wir gehen noch ein bisschen mehr. Wir gehen noch ein bisschen mehr.